Hey, die ist nur dich. Nur dich? Du denkst, du bist in gebischter Weile, sitzt er auf dem Tag. Ja, alles frei, hier ist rum. So, wir rennen gleich wieder links rüber. So der Plan. Oh, man hängt aber auch noch am Hubschrauber. So, wir müssen jetzt, ich muss nur noch elf solcher Schlitzohren erschießen. Und du musst die Tore finden. Ich weiß gar nicht, wo ich das hin bin. Geht, da schießen wir rein fahrer. Oh, jetzt habe ich doch schon mal so einen Minirockler drin, immer. Achso. Ja. Das geht. Oh. Da schießt schon. Und keiner von uns? Nee. Ich guck auf die Map. Was stimmt denn hier nicht? Ach, jetzt ja. Nee, ich kann doch nur uns hin. Okay. Ja, das Bruch ist jetzt teilweise ein bisschen, ja. Mhm. Also wenn du hier solche Idioten siehst, nicht hier wegfallern. Es sei denn im Notfall. Ja. Was? Ich habe irgendwas abgeschlossen? Äh? Äh? Achso? Äh, was denn? drückt mir aus. Lass mal sehen. Oh. Find a chilling mirror. Ach, das ist hier? Ah. Wo waren das jetzt hier? 206, 138. 206, 138. 206, 138. 206, 138. So. Oh, hier vorne ist schon das Torplein. Ja. Hier, da siehst du denn, was aussieht wie so eine Futterraufe. Da liegt doch einer im PMC. Achso. Das ist nicht gut. Warum liegt er dort, frage ich mich. Hm. Ich spiel's gar nicht mit. Erschossen von so einem Hirnrissigen? Guck einfach mal hin. Nee. Und da liegt aber auch ein Toter. Komm, wir gehen wieder hin. Nee, das ist kein PMC. Achso. Okay. Wo bist du jetzt hier? Oh. 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 Da liegt doch etwas Todes rum. Da hat man eine Wasserflasche. Brauchst du noch Wasser? Ja. Wie sie rumliegt. Ich muss halt mit. Oh, da hinten ist das nächste Ding. Klanglich. Würde ich sagen. Oh. Ach, das ist das, was wir vorhin gesehen haben. Nee? Oh, doch. Es ist es. Ich dachte schon, ne? Geht nicht. Ah, warte. Bleib mal hier. Ich muss nochmal zurück. Ich hab die Koordinaten nicht. M1 hat er hier. Okay. So, das sind 207, 137. Gut. Ich komm wieder zurück bei. Mhm. Oh, schnell. Jetzt kommen Gegner. Oh ja. Wir haben schon zu uns runtergeklotzt. Ich hab Beine gesehen. Ja. Da hinten weh der Arsch. Lass uns mal ein bisschen verstecken hier. Mhm. Ich bin noch gut hier. Das muss ich eigentlich noch sehen. Wenn du solche Hütten da siehst. Mhm. Ich weiß gar nicht, was Mörbel bedeutet. Genau. Schau mal. Irgendwie so ein Unterstand. Genau. Irgendwie so ein Mikro drinnen. Irgendwas zu beten oder was. Tja. Scheiße. Wo ist das Tor? Okay. Wir schleichen uns jetzt hin oder so. Richtung Südde. Was das? Ja. Oh. 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 Oh hier vorne. Der Fall fällt ja nicht unsbar. Nee. Nee. Das ist doch alles schießen. Schleichen. Ja. Ein bisschen Maisen. Weil die wackeln. Oh. So das Halsdinge, ne? Das Bar. War das da? Nee, da ist er eins, ja. Sieht das so aus wie das Torbohlen? Ja. Ja. Da musst du dann hin. Ja, schießt er irgendwann aber. Mhm. Oh. Vor uns auch. Mal kurz warten. Nee. Wir haben ja Zeit. Ja. Hier ist das Tor. Ja, genau. Hier ist das Tor. Ja, dann ist das mal. Dann können wir uns natürlich rüberschleichen. Ist das Incher, ja? Oh, da oben. Der Hubi. Wo ist schnell? Wenn die schießen. Geh schnell zu deinem Tor. Hab ich. Oh, da oben. Okay. Ich bin schon mal wasser. Ich kann den Mädchen besser sehen hier. Ich will schon mal M drücken. Das ist doch cool. Aber die sind abgelenkt. Ich will mich so nahm. Man sieht doch kein. Mhm. Komische Weise. Eisen einfach. Da unten ist wieder so eine Hütte. Wenn wir da hin, bleiben wir da oben. Ist das das? Ja, sieht das aus. Nee. Doch, doch. Doch. Reckord in Magen. 205, 135. Oh, der ist ein Gegner. Hier ist ja unten. Die brauche ich ja auch noch, die Idioten. Die ist ja, ja. Ich bin gefragt, ob ich auch mal eben pflegen hören hier. Ja, ja, ja. Das sind die Ballhülle, die Ziele der Regierde. Die legen mir meine Leute um. Ja, ne klar. Du musst mitmischen und die müssen wir auch platt machen. Aber es wird woanders laufen. Oh, das ist lang nah. Ja gut, das hat nicht ne klar. Weil der noch kommt, einfach Feuer eröffnen. Ich glaube, dass der kann doch von hier oben erschießen. Ja, pass den Musen. Schön von Weiden. Bamm. Die wissen gar nicht, wo es herkommt. Da unten ist einer. Da unten. Oh, unter dem Haus. Ja, ja, warte. Feuer, schieß. Warte, hier ist noch einer. Das muss ich nicht schießen, wenn ich da hier schieß. Seht ihr, da lebt ihr noch? Das war ein Spieler, der da hinten war, oder? Da unten sind zwei. Oh ja, zwei Spieler. Zwei Spieler. Schlebt der noch, oder ist der tot? Der noch ist tot. Ja, ja, in der Mitte, das ist komisch auf der Straße. Aber er lief da gerade noch lang. Ja, da wurde er erschossen. Hier unten von der Straße aus wurde er erschossen. Okay. Wer war ich? Doch, ganz da hinten am Zaun. Das Auto ist halt. Na, was denn? Sag doch mal in Richtung Süden. Genau geradeaus. Genau geradeaus. Norden. Was? Norden? Ich glaube, wir mal hingucken jetzt. Ganz hinten am Zaun hat sich irgendwas bewegt. Ja, ich muss das andere Ding noch finden. Ja, wo ist das, wenn man das wüsste. Irgendwo außerhalb. Im Dorf stehen die nicht. Die stehen außerhalb. So, wir waren ja da drüben in den Wald gelaufen. Ja. Wir müssen nochmal zurück durch den, über die Straße in den Wald. Da muss noch eins im Wald sein, weil da hinten an der Landezone waren zwei. Hier haben wir jetzt eins. Auf diesem Weg liegt jetzt keins mehr. Da muss das im oberen Wald sein. Also, so nordwestlich. Norden, nordwestlich. Ich denke mal, hier irgendwo muss noch so ein anderes Drecksling rumstehen. Aber wo? Das fehlt so schön. Was habe ich denn überhaupt? Find an Eerie. Wie sieht man das hier? Eigentlich, das ist ja. Ein weiterer Haus. Laufen mal. So die Richtung. So nordöstlich laufen. Oh, ich habe mich verdrückt. Da ist noch losgespringend, hier Beklopfer. Nicht schlimm. Man, ich kann mich aber nicht erinnern. Ich bin heute schon ein paar Mal hier lang gerannt. Aber wenn du nicht darauf achten musst, rennst du an so einer ekelhaften Holzwitter einfach vorbei. Das sieht doch alles gleich aus hier. Schweine steig hier vorne. Oh, hier ist er. Oh, hier ist er. Das ist es. Das ist es. Oh, geil. Das sieht ganz anders aus. Nö, der Amt nahm es am Ding sah gerade genauso aus. Es hat auch nicht Kling gemacht. Ja, eben, weil es das nicht ist. Aber es macht gleich Kling bei uns im Kopf. Wieso hat es nicht Kling gemacht, Alter? Nein, das war es nicht. Das muss es gewesen sein. Das andere war da wie so ein Holzstand mit so einer Figur. Das war mehr wie so eine Hütte hier. Naja, das andere sah gerade genauso aus. Ja, da musst du näher ran. Aber die Typen dort. Können wir mit deinem Puschen einfach schießen. Ja, ich gucke mal. Ich muss die ja eh umlegen. Ja, ja. Weißt du, dass es wenigstens wäre. Lass uns das mal abhauen. Ja, ja. Wenn ich draufgehe, weiß ich am wenigstens dann. Brauchst du das? Alter! Wo bist du denn? Der bleibt doch mal stehen. Ich bin doch hier in dem Bund immer noch. Läufst du da unten? Nein, bin hier im Bund. Das liegt erst vielleicht. Muss der bitte. Da unten lief gerade einer mit einem großen Rucksack. Hast du einen großen Rucksack auf? Nein, nein. Ich hocke hier am Bund. Was ist denn die Liege? Das ist ein wenigstens. Aber ich bin jetzt irgendwo vor mir. Ich gucke jetzt in südwestlicher Richtung. Ich kann doch nicht vor dir sein. Also musst du nordöstlich sein, doch? Du siehst doch, dass ich hinter dir bin. Nein, du bist vor mir. Du musst dort östlich gehen. Also wenn ich Richtung Dorf laufe, bin ich nicht vor dir. Du musst rechts hoch Richtung Landezone. Von dort, wo du jetzt bist. Ja, ein kleines Stück. Aber da lief gerade einer. Und der war ja, hat mich auch hier erschossen irgendwo. Wo liege ich denn? Ah, hier liege ich. Warte mal, ich versuche mal hinzukriechen. Okay. So, ich geh noch mal zu dem Scheiß schreien. Das muss gar schreien sein. Komm mal an, das scheißt ihn jetzt. Ja, bei 200, 437. Oh, jetzt reicht's. Geil. Ich will auch schon mal einen Helikopter bestellen. Ob die dich jetzt hier noch ausschießen können? Eigentlich nicht. Sobald die Wucht drauf ist nicht. Okay. wedding. Ja. Bis zum nächsten Mal.